so meine lieben soccer junkies ich bin euer lubis und wir spielen heute mit meiner wieder eine runde modern warfare 3 und das mit herrschaft und ich hab da eigentlich richtig richtig bock heute drauf mit euch eine runde zu spielen und egal ich würde sagen wie das ganze hier ausgeht weil ich bin nicht gerade der beste in call of duty jeder weiß das aber ich habe halt bock drauf ein bisschen zu zocken und ich hoffe euch gefällt hat genau so wie mir jetzt gehe ich nicht gehen wir nach ist klar dass der eifert kommt jetzt einer vorbei net werfen zweite folgt ich habe die nation was ja okay ist dann halt so nie von hier kommt einer kommen ob der kürz ja schön ja und doch ganz schön aber okay das war hier klar und holen wir uns noch ein paar Punkte wir verlieren Alpha Alpha wir haben nah verloren feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet holt sie runter verbundeter Halt kommt was was wir verlieren B ok gehen wir nach B wir verlieren Halt B ist safe ok haben die Gegner hier überhaupt eine Chance ist das finde ich wohl der Römer uns schildert sein Arnus ich dachte das wäre ein Gegner aber bei Alpha sind sie mach mal da hat der Schuttgeschützturm hingestellt so einfach kommen die auch nicht dahin egal holen wir jetzt wieder hier kommt doch gerade äh sehr wird gesichert die 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 Ah, da hab ich geholt. 4 zu 3 mit einem Narzisst. Uh, die Musik, die gefällt mir auch, wenn es nicht viele Tode waren. War schön und es gefällt mir immer noch. Die Musik, die ist unterwegs. Wir haben Charlie verloren. Uh, diese Mucke. Wo ist denn der Gegner? Wo ist er denn? Wir verlieren Bravo. Wir haben Bravo verloren. Hehehe, meiner. Oh. Die Nade habe ich aber jetzt nicht kommen sehen. Unser Payflow ist unterwegs. Uh, ein Payflow. Wir verlieren Zell. Wir verlieren Alpha. Ich dachte, er hat noch mehr auf B. Warte nicht. Weiß ich auf jeden Fall, wo ich hingehe. C, das wird nämlich Nämlich die nächste Position von denen wieder sein. Egal, 5 zu 4 mit einem Narzisst, ganz chillig gemacht. Hat auf jeden Fall Laune mal gemacht, eine Lobby ohne Hacker. Und damit, meine lieben Soccer-Junkies, verabschiede ich mich hier. Schreibt mir doch mal was in die Kommentare. Und einen Daumen nach oben oder nach unten, wie es euch gefallen hat. Ob ihr Spaß hattet oder nicht. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.